Im Stadion Freundschaft trifft heute die beste Offensive auf die beste Defensive der 3. Liga im Moment. Der SV Sandhausen ist zu Gast beim FC Energie Cottbus. So, noch ist Ruhe hier. In 2 Stunden ungefähr wird es hier aber anders aussehen. Und in knapp 4 Stunden geht das Spiel los. Die 20 heute in der Stadion, der Burser-Komitär, Assel. Der 23, Jell. Die 22, Lukas. Der 23, Maximilian. Die 27, Jelitz. Auf dem Fussball mit dem Mainz, Allseiter. Die 28, Juni. Die 28, Juni. Das wir mit euch rücken, werdet nicht in diese Koniette mehr erkennt. Lass uns dafür alles sehen, Melanie Facts. Geht ihr mit mir laut. Geht ihr mit mir zettel. Und geht ihr mit mir in E. Wenn kommt raus in Frankfurt. Und wenn auch sein Skips nur 1, 2, 1. Und das ist er. FC, 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 FC. Gehe, Gehe, Gehe! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017